Warum sind Kommata so wichtig? Wir essen jetzt, Opa. Wir essen jetzt, Opa. Hier, nimm mein Gummibärchen. Hier, nimm mein Gummibärchen. Ey, was willst du schon wieder? Was? Willst du schon wieder? Nicht aufhören. Nicht aufhören! Ich mag meine Familie kochen und meinen Hund. Ich mag meine Familie kochen und meinen Hund.